Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Es geht um Borderlands 2. Wie ich in der letzten Folge ganz am Ende bereits angekündigt habe, war das sprichwörtlich die letzte Folge auf dem YouTube-Kanal. Ich komme mit der ganzen Nachbearbeitung der Videos, sprich Rändern, Schneiden, Thumbnaids machen und Co. im Moment einfach nicht mehr hinterher. Wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass da viele, viele Folgen ausgefallen sind. Und das hauptleidtragende Projekt war da schlicht und ergreifend Borderlands. Das heißt aber nicht, dass das Projekt jetzt einfach so im Sande verläuft und vorbei ist. Ich habe mich mit Stormy zusammengesetzt und so ein bisschen überlegt, was wir jetzt machen können. Und dann haben wir zusammen entschieden, dass wir das Ganze auf Twitch weiterführen werden. Wann genau das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Wir haben da jetzt noch keinen festen Streamingplan. Falls ihr aber trotzdem dahingehend auf dem Laufenden bleiben wollt, dann würde ich euch empfehlen, entweder mir auf Twitter zu folgen oder meinem Community-Discord beizutreten. Auch meinen Twitch-Link findet ihr in der Kanalinformation oder auch in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr also mehr Borderlands sehen wollt, würde ich mich extrem freuen, wenn wir uns dann einfach zur gegebenen Zeit auf Twitch wiedersehen oder vielleicht auch hier einfach auf YouTube bei einem anderen Projekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen.